Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Heute behandeln wir die Verbstruktur etwas sammelt sich an. Was sammelt sich denn so im Laufe der Jahre oder im Laufe der Zeit an? Nummer 1 die Wohnung, das Möbelstück. Nummer 2 der Briefkasten, die Werbung. Nummer 3 der Haushaltsmüll, der Haushalt. Nummer 4 die Wohnung, der Staub. Nummer 5 die Hausapotheke, das Medikament. So, bilden Sie jetzt bitte mit dieser Struktur Sätze zu Nummer 1 bis 5. So, hier nun die Lösung. In der Wohnung sammelt sich im Laufe der Jahre so manches Möbelstück an. Nummer 2, im Briefkasten sammelt sich viel Werbung an. Und das jeden Tag. Eine Werbeflut strömt auf uns ein. Nummer 3, im Haushalt oder in unserem Haushalt sammelt sich viel Haushaltsmüll an. Nummer 4, in der Wohnung sammelt sich Staub an. Ja, deshalb müssen wir täglich Staub saugen. Und Nummer 5, in so mancher Hausapotheke sammeln sich viele Medikamente an. Das sehen Sie auf der Grafik rechts. Ich danke Ihnen.